Mutter vs. Vater Thema Wenn man krank ist Wie der Vater reagiert Hallo? Hey, was ist denn los? Warum liegst du denn noch im Bett? Ich bin krank Oh, hallo krank, ich bin Vater Das hilft mir nicht Mir hat's geholfen Wie die Mutter reagiert Hey, na, wie geht's dir? Naja, es geht, ich hab ein bisschen Husten Ich hab jemanden gefunden, der dir vielleicht helfen kann Er war damals Arzt in der Armee Okay Hallo, ich mache dich ganz schnell wieder gesund Wo hast du denn Schmerzen? Also, mein Hals tut ein bisschen weh, aber an sich geht's Na, da hab ich was, warte mal kurz Na, da hab ich's da So, jetzt musst du stillhalten Warte, 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 warte Wozu brauchen sie die Kettensäge? Damit schneide ich einfach das Teil raus, was dir weh tut So haben wir das früher auch gemacht Was, sie wollen mein Hals rausschneiden? Ja, jetzt halt einfach still, okay Ich will dich, Hilfe!